Andrea ist bei uns Referentin für Klimaschutz und Energie sowie Referentin für Beteiligungsverfahren vielen der NABUs im Ehrenamt schon seit einigen Jahren bekannt. Herzlich willkommen, Andrea. Du wirst mich dann dankenswerterweise unterstützen beim Sichten der Fragen, die eingehen. Gut. Wir haben vorhin nicht so wirklich viel gelacht, oder? Also ich finde, man sollte auch noch mal irgendwas Lustiges einblenden. Ob da jetzt alle drüber lachen können, weiß ich natürlich auch nicht. Aber wir haben jetzt das Thema Windenergie und Artenschutz. Wie kann das gelingen? Und wir haben vorhin ja auch schon im Vortrag der Ministerin gehört, da gibt es eine Taskforce, die sich jetzt damit beschäftigt, auch die Verfahren zu beschleunigen. Und dieses Thema Konflikt zwischen Ausbau der Windkraft und Artenschutz, sei es jetzt bei den Ornithologen oder bei den Fledermausfreunden, ist ja ein bekanntes Thema, kocht auch immer wieder im Verband hoch. Wir haben da schon relativ viele Diskussionen geführt. Und Johannes Enzle würde jetzt versuchen, den aktuellen Stand der Überlegungen beim NABU vorzustellen. Viele kennen dich, Johannes, aber ich möchte dich trotzdem kurz vorstellen, da wir ja doch auch eine relativ große Zahl an Menschen heute als Gäste dabei haben, die noch nie bei den Naturschutztagen dabei waren. Du bist in Donau-Eschingen geboren, bist dann zum Studium nach Eberswalde ausgezogen und hast aber auch in Wageningen und in Eberswalde Forstwirtschaft und Umweltpolitik studiert mit dem Schwerpunkt Naturschutz und Klimawandel und war auf verschiedenen Stationen im In- und Ausland und letztendlich bist du dann aber beim NABU-Bundesverband gelandet, hast da als Referent für Waldwirtschaft und Naturschutz gearbeitet, bis dann im Jahre 2011 der Wechsel nach Baden-Württemberg erfolgte zum NABU-Landesverband, auch in der Funktion als NABU-Waldreferent. Und im November 2016 wurdest du dann erstmalig zum Landesvorsitzenden des NABU gewählt. Die Wiederwahl erfolgte im Januar 2021. Soweit zu dir. Hast du korrekt wiedergegeben, Uwe. Gott sei Dank, Glück gehabt. Und jetzt würde ich dir die Bühne übergeben, damit du uns einführen kannst und die Überlegungen zum Thema Windkraft und Artenschutz, wie kann das gelingen, das gut zu vereinbaren. Jawohl, jetzt muss ich nur den Vortrag binden. Hier ist er. Das ist gar nicht so leicht. Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einführung. Wir haben jetzt ja schon zwei interessante Vorträge gehört. Zum einen global die Perspektive, wie es aussieht mit dem Klimawandel und den diversen Kipppunkten im Klimasystem, die aktiviert werden können, was das bedeutet und zum anderen, was konkret das Land macht. Und wenn man natürlich so einen Vortrag hört, dann klingt das erst mal so, naja, klingt alles vernünftig und ist es wahrscheinlich auch und alles wichtig und richtig. Aber konkret merken wir das ja als NABU-Gruppen oder BUND-Gruppen vor Ort auch. Wenn es dann konkret um eine konkrete Planung geht, dann wird es oft schwierig. Gerade dieses Ziel, das jetzt postuliert wurde von der neuen Landesregierung, tausend neue Windräder in Baden-Württemberg, da fragen sich viele, ja, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Und das haben wir uns natürlich auch gefragt, weil klar ist, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen auch dazu den Ausbau der Windenergie. Aber natürlich stellt jedes Windrad erst mal auch einen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Und natürlich gibt es Vogelarten, gibt es Fledermausarten, die verschiedenen Stressoren ausgesetzt sind, für die aber die Verluste bei Windkraftanlagen durchaus auch zu einer relevanten Größenordnung kommen können, die dann irgendwann mal auch populationsrelevant werden. Und vor dem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, wie sollte es denn eigentlich gehen, gerade wenn jetzt dieser Ausbau auch noch beschleunigt werden soll. Gleichzeitig erleben wir das ja auch, dass die Akzeptanz für die Windkraft ja nicht überall gleich hoch ist, dass sich da viel Widerstand teilweise auch formiert vor Ort. Teilweise müssen wir auch zugeben, auch bei uns in unseren eigenen Reihen gibt es natürlich Menschen, die die Windkraft sehr kritisch sehen, die auch sagen, naja, wir brauchen das doch eigentlich gar nicht, wir können alles über PV machen oder eigentlich müssen wir vor allem ganz viel Strom erst mal und Energie sparen, dann können wir uns Windräder sparen. Ich habe mich viel mit diesen Fragen auch beschäftigt und musste immer wieder feststellen, mit verschiedenen Wissenschaftlern und Studien, die ich dazu auch gelesen habe und verschiedenen Akteuren, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, diese Transformation, über die wir sprechen, das ist eine so große Aufgabe. Wir brauchen letztendlich leider alles und wir brauchen alles gleichzeitig und alles extrem schnell, wenn wir wirklich diese Ziele erreichen wollen. Und ich glaube, der Stefan Rahmstorf hat auch nochmal sehr deutlich gemacht, warum es so wichtig ist, dass wir diese Ziele erreichen. Er hatte jetzt nur, sage ich jetzt mal, nur in Anführungszeichen oder vor allem über Eispanzer gesprochen und Meeresströmungen und Meeresspiegelanstieg, aber schon allein diese Aussicht, sieben Meter Meeresspiegelanstieg, das zeigt ja, was das für Folgen hat, nicht nur ökologisch für Korallenriffe zum Beispiel, sondern ja dann auch sozial, wenn wir an Flüchtlingsbewegungen denken und wenn wir daran denken, was hat auch jetzt zum Beispiel die Flüchtlingswelle 2015 eigentlich mit unserer Gesellschaft gemacht, was bedeutet das, wenn wir in Zukunft möglicherweise Millionen von Klimaflüchtlingen haben werden aus anderen Ländern, wo die Lebensbedingungen einfach nicht mehr entsprechend gegeben sind, wo dann auch zusätzlich eben kriegerische Konflikte natürlich dazukommen. Und gleichzeitig haben wir als NABU und auch als BUND immer gesagt, auch LNV, grundsätzlich Windkraft ja, aber bitte richtig, gut geplant. Und oft wird ja so gesagt, ja, der Naturschutz, der bremst die Energiewende aus, durch die vielen Klagen. Das stimmt ja in der Form gar nicht, weil die Naturschutzverbände eigentlich sehr, sehr wenig klagen im Verhältnis dazu, wie viele Projekte realisiert werden. Häufig sind es Bürgerinitiativen, Privatpersonen oder eben Organisationen, die sich gegründet haben extra dafür, die dann klagen. Und den Artenschutz gerne ein Stück weit auch nutzen, sage ich jetzt mal, oder instrumentalisieren, um unliebsame Projekte vor der eigenen Haustür zu stoppen. Und gleichzeitig haben wir NABU und LNV jetzt in Baden-Württemberg. Gerhard Bonner ist ja heute auch dabei. Wir haben eine Klage in Baden-Württemberg geführt gegen das Windrad Orlach 6 bei Braunsbach im Landkreis Schwäbisch Hall. Und das ist ein Windrad, das geplant wurde, mitten im Dichteszentrum des Roten Milans und im Brutgebiet von Baumfalke, Schwarzstorch und Westenbussard. Und wir haben schon ganz früh, zu einer ganz frühen Phase, haben unsere Ehrenamtlichen vor Ort selber in Stunden, Wochen, Monate langer Arbeit selber Daten erhoben und selber Gutachten erstellt und immer wieder auch Warnungen ausgesprochen gegenüber den Projektierern, gegenüber den Behörden und gesagt, pass mal auf, also nach unseren Gutachten, letztendlich nach unseren Beobachtungen dürfte das nach den LOBW-Hinweispapieren und Standards dürfte dieses Windrad dort eigentlich nicht gebaut werden. Das Windrad ist dann trotzdem gebaut worden, weil man sich eben eines Gutachters bedient hat, der das Gutachten so gemacht hat, dass es passt. Das haben wir auch kritisiert. Man hat dann, die Planungsfirma hat auch nochmal ein anderes Gutachterbüro, nachdem wir das kritisiert hatten, zu Rate gezogen. Das kam zu anderen Ergebnissen. Also ist man dann doch lieber wieder zu einem alten Gutachter zurückgegangen. Und das Windrad wurde gebaut, obwohl wir schon einen Widerspruch eingereicht hatten beim Regierungspräsidium, also einen Widerspruch gegen die Genehmigung. Und das Regierungspräsidium, das dann eigentlich über diesen Widerspruch hätte entscheiden sollen, hat elf Monate lang gar nicht entschieden. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, war das jetzt unsere Klage, die das verzögert hat und unsere Gutachten? Oder vielleicht auch, weil die Behörden einfach nicht, sag ich jetzt mal, den Mut hatten, wirklich über diesen Widerspruch zu entscheiden. Also kam es dann zu einem gerichtlichen Eilverfahren. Und das Gericht hat uns in allen Punkten recht gegeben, sodass diese Windkraftanlage jetzt gebaut ist, aber nicht sich drehen darf. Also ganz viel Geld letztendlich versenkt wurde. Und dieses Geld hätte der Investor lieber vielleicht an einer anderen Stelle investiert. Und daran sieht man, man macht diejenigen, die sagen, ja, der Artenschutz oder der Naturschutz verhindert die Energiewende, die haben nicht recht, die schauen nicht richtig hin, sondern es sind vielfältige Gründe. Und oft eben auch, dass nicht ausreichend gute Gutachten gemacht werden und solche Geschichten. Dazu hatten wir ja auch NABU, BUND und LNV in den vergangenen Jahren auch im Prinzip Vorschläge gemacht, wie die Gutachten verbessert werden können. Und deswegen war es natürlich für uns in der Umweltbewegung besonders eklatant, als noch vor Regierungsantritt der neuen Ampelkoalition der von mir eigentlich sehr geschätzte Sven Giegold als neuer Staatssekretär, damals war er noch nicht, zwei Tage vor Amtseinsetzung war das, neuer Staatssekretär im neu geschaffenen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der gegenüber der Presse gesagt hat, naja, man muss sich jetzt gegenüber der EU-Kommission dafür einsetzen, dass der strenge europäische Artenschutz entschärft wird, weil es kann ja nicht sein, dass im Prinzip der Rotmilan die Energiewende diktiert. Inzwischen hat er da ordentlich Gegenwind bekommen und hat das auch nochmal richtiggestellt, dass er das so wohl nicht gemeint hat. Aber man sieht schon im Prinzip, wie da auch, sag ich mal, an verschiedenen Stellen geschliffen und gedreht wird, weil man letztendlich einfach, sag ich vielleicht auch mal, so einer gewissen Torschusspanik vorankommen möchte und möglichst alle unliebsamen Hindernisse, sag ich jetzt mal, oder alle Hindernisse, die so einem eingeflüstert werden, versucht aus dem Weg zu räumen. Und das ist natürlich für uns eine, ja, auch eine Herausforderung für uns Umweltverbände und ich bin sehr froh, dass die Umweltverbände, egal ob Greenpeace, BUND, DOH, NABU, auf Bundesebene da auch sehr schnell und sehr klar reagiert haben. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wie kann es denn wirklich schneller vorwärts gehen? Weil wir alle wissen, wir haben die eklatanten Auswirkungen des Klimawandels in den letzten Jahren schon gespürt, ob das die Trockenheiten waren, die sich in unseren Wäldern abgezeichnet haben oder aber natürlich auch im vergangenen Jahr die katastrophale Flut im Ahrtal und im Erftal, wo inzwischen ja auch eine Studie belegt hat, eine Studie aus Großbritannien, eine internationale Studie, die dann tatsächlich einen statistisch signifikanten Zusammenhang herstellen konnte zwischen eben Klimaveränderung und diesen Starkregenereignissen in der Region. Wir haben die diversen Buschbrände und riesigen Waldbrände in teilweise noch nie dagewesem Ausmaß gesehen, in Australien, aber auch in Nordamerika, auch in der Taiga, also in der sibirischen, russischen Waldgürtel, im borealen Waldgürtel. Und was es bedeutet, wenn die Kipppunkte im Klimasystem aktiviert werden, das hat uns ja Stefan Rahmstorff heute sehr eindrücklich gezeigt. Und deswegen bin ich auch seiner Meinung, dass es gut ist, dass Menschen auf die Straße gehen, dass die junge Generation auf die Straße geht, um der Politik Druck zu machen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auch Druck machen. Und nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist jetzt schon mit diesen Bildern auch klar geworden und mit dem, was ich schon erzählt habe, ist das für uns als Umweltverbände und Naturschutzverbände, auch als Artenschützer natürlich, so in gewisser Weise so eine Art Drahtseilakt, Balanceakt, ein Spagat auf dem Drahtseilakt vielleicht, den wir irgendwie hinbekommen müssen. Und das ist nicht ganz einfach. Und deswegen machen wir uns Gedanken, wie können wir beides hinbekommen? Klimaschutz, beschleunigter Klimaschutz einerseits und Artenschutz auf der anderen Seite. Und ich habe dafür zunächst mal ein paar Thesen mitgebracht. Und die erste These lautet, der Klimawandel wird schon bald als Klimakrise spürbar werden. Ich glaube, die Bilder vorhin, die haben das schon gezeigt. Und wahrscheinlich werden solche Bilder einfach ziemlich sicher häufiger werden, auch direkt vor unserer Haustür, nicht nur in Australien oder in Afrika. Und diese Krise wird zunehmend die öffentliche Diskussion bestimmen. Und ich hatte große Sorge, als die Corona-Pandemie ausbrach, dass die Themen Insektensterben, Klimaschutz keine Rolle mehr spielen werden durch Corona. Und es war tatsächlich so, dass zeitweise man die Themen nicht mehr so gefunden hat im politischen und medialen Diskurs. Aber sobald die Corona-Welle wieder ein bisschen abgeflacht war, muss man wirklich sagen, kam das Klimaschutz-Thema und auch das Biodiff-Thema wieder viel stärker an die Oberfläche. Und deswegen bin ich inzwischen doch recht zuversichtlich, dass wir dieses Thema aus der öffentlichen Debatte nicht mehr losgekommen werden. Und das ist natürlich auch gut so, weil wir brauchen diese Debatte, um vorwärts zu kommen. Wir haben ja gerade auch von Tekla-Walker gehört, dass auch die Grünen, selbst die Grünen ordentlich Druck brauchen, um vorwärts zu kommen. Und gleichzeitig müssen wir, auch das wurde heute schon klar, beim Klimaschutz viel schneller vorankommen, um eben gefährliche Kipppunkte im Klimasystem zu verhindern. Und wir merken, und das merkt nicht nur ich als Landesvorsitzende der Landesgeschäftsstelle im Landesverband, sondern das merkt auch ihr und merken Sie in den Ortsgruppen vor Ort, dass dieser Konflikt zwischen Artenschutz und Klimaschutz auf der einen und auf der anderen Seite sehr zeit- und ressourcenintensiv ist, nicht nur für die Planungsbehörden, nicht nur für die Planungsunternehmen, also Genehmigungsbehörden und Planungsunternehmen, sondern eben auch für uns. Und diese Zeit und diese Ressourcen sollten wir eigentlich wirklich in echten Naturschutz stecken und Klimaschutz stecken, anstatt in heftige Auseinandersetzungen, die sehr langwierig und ressourcenintensiv sind. Denn gleichzeitig müssen wir konstatieren, dass wir weder im Artenschutz noch beim Klimaschutz unsere Ziele derzeit erreichen. Und deswegen bin ich der Meinung, sind wir beim NABU-Landesverband der Meinung und wir sind uns da auch eigentlich mit dem BUND und auch mit dem LNV einig, dass wir eine Art Systemwechsel brauchen bei einem Ausbau der Windenergien, um beide Krisen schneller bewältigen zu können. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass ein Aufweichen des europäischen und des deutschen Artenschutzes, also des europäischen Artenschutzes, FFV- und Vorbeschutzrichtlinien, dass das eben nicht stattfindet, weil wir glauben, dass wir mit den bestehenden Instrumentarien, mit dem bestehenden Artenschutzregime auch diese Beschleunigung hinbekommen können. Wir glauben, dass es eine gute Möglichkeit wäre, die Landschaft stärker aufzuteilen in Vorranggebiete für die Windenergie auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch in Ausschlussgebiete, wo die Windenergie tabu ist. Und gleichzeitig brauchen wir, und das ist die Voraussetzung dafür, kraftvolle und wirkungsvolle Artenhilfsprogramme, die dazu beitragen, dass der günstige Erhaltungszustand windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten erhalten bleibt, sichergestellt wird oder auch wiederhergestellt wird überhaupt. Nochmal bildlich dargestellt, Vorranggebiete für die Windenergie. Das war vorhin die Rede von etwa zwei Prozent der Landesfläche, die dafür benötigt werden. Die Zahlen lassen sich auch rechnerisch herleiten, wo eben Klimaschutz, der Ausbau der erneuerbaren Energien, beschleunigt vorangetrieben werden soll. Und auf der anderen Seite Gebiete, in denen der Artenschutz stärker gewichtet wird, wo Windkraft tabu sein soll. So, und wir brauchen letztendlich, um das rauszufinden, wo denn diese zwei Prozent sind, brauchen wir eine umfangreiche Flächenanalyse, um festzustellen, wo sind denn dann die Gebiete mit dem geringsten Konfliktpotenzial zwischen Windkraft jetzt vor allem und Artenschutz. Und diese Flächen sollten entweder durch die Regionalverbände über die Raumplanung, der Regionalplanung identifiziert und festgeschrieben werden. Aber viele Expertinnen und Experten sagen uns, dass das ein sehr langwieriger Prozess wäre und sehr lange dauern würde. Wahrscheinlich mindestens fünf, eher zehn Jahre, bis das gewerkstelligt wäre. Deswegen als Alternative, dass es einen Fachplan des Landes gibt, in dem diese Vorranggebiete im Rahmen einer Karte im Prinzip definiert werden und auch Verfahren definiert werden, wie dort beschleunigt die Planung und die Genehmigung erfolgen kann. Und gleichzeitig auf der anderen Seite eben auch Vorranggebiete für den Artenschutz definiert werden, wo dann diese Artenschutzprogramme auch entsprechend umgesetzt werden. Ja, aber wo sind denn diese zwei Prozent Flächen im Land? Wir haben uns mal Gedanken dazu gemacht, ob es denn möglich wäre, das zu eruieren, rauszufinden. Und haben dazu eine Art Modellstudie gemacht. Das Gute ist, dass wir ja wissen, wo der Wind weht. Es gibt den Windpotenzialatlas der Landesregierung, der derzeit auch nochmal überarbeitet wird. Hier sieht man so einen Kartenausschnitt jetzt aus dem Raum Nordschwarzwald und Gäub. Hier rechts ist Stuttgart, da oben Karlsruhe. Und man sieht diese Flatschen, sage ich jetzt mal, diese Polygone, diese Flächen, einmal gelb und einmal grün. Grün, das sind Flächen, die von der Windhöfigkeit her und auch von den Restriktionen her gut geeignet wären für die Windenergie. Gelbe Flächen sind Flächen, die bedingt geeignet sind, entweder weil dort nicht ganz so viel Wind weht oder weil dort bestimmte Restriktionen auch vorhanden sind. Das sind in der Summe 13 Prozent der Landesfläche. Also eigentlich schon mal eine ordentliche Summe. Und wie wir ja vorhin schon gehört haben, notwendig, um die Klimaziele für Baden-Württemberg zu erreichen, wären 2 Prozent. Das heißt, von diesen 13 Prozent müssen wir eigentlich aussuchen, wo sind die 2 Prozent mit dem geringsten Konfliktpotenzial. Was wir auch wissen ist, wo denn die Schutzgebiete sind, also die Juwelen letztendlich des Naturschutzes, also Naturschutzgebiete, der Nationalpark, Pflege- und Kernzonen von Biosphärengebieten, aber auch Bann- und Schonwälder und natürlich die FFH- und Vogelschutzgebiete. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo könnten denn Vorranggebiete für den Vogelschutz liegen? Wo könnten die denn sein? Und da haben wir uns überlegt, wie könnte man das modellhaft denn mal skizzieren? Da gibt es Studien von der Universität Hannover, auch der NABU-Bundesverband hat da Überlegungen angestrengt. Und wir haben das mal modellhaft mit einem Geoinformationssystem durchgespielt und haben versucht, dabei wegzukommen von dem bisherigen System in Baden-Württemberg, wo wir diese Dichte-Zentren haben für Rotmilane, die mal wandern können, je nachdem, wo wie viele Rotmilan-Paare brüten. Wir haben gesagt, wäre es möglich, auf einer landesweiten Betrachtung Schwerpunktregionen festzulegen, wo bestimmte Arten besonders häufig vorkommen. Und wo wir sagen, diese Gebiete sollten nach Möglichkeit eben Ausschlussgebiete sein. Und dort sollten Artenhilfsprogramme für diese Arten auch gezielt und prioritär umgesetzt werden. Wir haben das mal durchgespielt, zum Beispiel für den Schwarzstorch und haben hier angenommen, Schwarzstorch ist eine sehr windkraftsensible Art, sehr störungsempfindlich, hat auch keine allzu große Reproduktionsrate, also ist nicht so fortpflanzungsfreudig wie jetzt andere Arten, wie das wäre, wenn man 80 Prozent der Schwarzstorch-Population in so einer, man nennt das in der ökologischen Wissenschaft, Kernelanalyse, in einer Kernelanalyse sozusagen zusammenfasst, wo denn 80 Prozent der Populationen dann zusammengefasst werden. Das heißt nicht, dass in den grauen Bereichen nicht auch Schwarzstörche vorkommen, aber wenn man eben 80 Prozent der Populationen schützen möchte, dann wären das diese blauen Flatschen oder diese blauen Flächen, die hier ja im Prinzip betroffen wären. Und ich habe hier bewusst dieses Wasserzeichen reingemacht, Modell, 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 weil wir das eben modellhaft gemacht haben, weil das zu umfangreich wäre, wenn wir das jetzt komplett machen würden für das ganze Bundesland. Das muss letztendlich die LOBW machen, weil wir dafür nicht die ausreichenden Kapazitäten haben, das so zu machen, dass es dann auch wirklich methodisch wasserfest ist, sage ich jetzt mal. Wenn man das für den Westenbussard machen würde und sagen würde, okay, der Westenbussard ist deutlich häufiger als der Schwarzstorch und auch reproduktionsstärker und wir nehmen mal an, dass 50 Prozent der Populationen in solchen starren Dichtezentren oder Schwerpunktregionen geschützt werden sollte, dann würde die Karte so aussehen. Und ähnliche Karten und Schwellenwerte müssten wir eben ableiten für rund 16 weitere Vogelarten, die als windkraftsensibel eingeschätzt werden in Baden-Württemberg. Und diese Herleitung dieser Schwellenwerte, das ist wissenschaftlich nur sehr schwer möglich. Das wird natürlich notwendig sein, das über eine guterachterliche Einschätzung zu machen. Wir haben das jetzt hier für die Arten, für die wir das gemacht haben, haben wir da Expertinnen und Experten von der OGBW, von der LOBW und auch vom NABU. Also OGBW ist die Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg. NABU und LUBW von der Vogelschutzwarte zusammen in einen Raum gesetzt und die mal gebeten, dass sie uns da mal mögliche Schwellenwerte nennen. Und natürlich stellt sich die Frage, es sind ja nicht nur Vögel, die windkraftsensibel sind, auch Fledermausarten. Wo könnten denn Vorranggebiete für die Fledermäuse liegen? Und bei den Fledermäusen ist es ein bisschen schwieriger als bei den Vögeln, weil man könnte vielleicht der ein oder andere sagen, ja, bei den Vögeln haben wir zu wenig Daten, aber bei den Fledermäusen sieht es ja noch viel schlechter aus, was die Datengrundlage betrifft. Deswegen haben wir hier für einige Arten mal versucht. Wir haben das Fachbüro, Planungsbüro, FRINAT, das in der Fledermaus-Szene sehr renommiert ist, in Freiburg ansässig, und der Fledermaus-Schutz sehr basiert ist, haben wir gebeten, Habitatmodelle zu machen. Wir haben da auch besondere Expertise in der Herstellung von Habitatmodellen, die eine Mischung sind aus echten Daten, also wo kommen Fledermäuse vor, und dann eben noch Modellierung, was weiß man über die Habitatansprüche der einzelnen Arten, und wo würden sie demnach, oder wo haben sie eine hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit aufgrund ihrer Habitatansprüche. Und hier sieht man jetzt am Beispiel von zwei Arten, links die Mops-Fledermaus, rechts die Rauhaut-Fledermaus, wie solche Habitatmodelle dann projiziert aufs ganze Land aussehen würden. Und man sieht hier schon, dass das sehr unterschiedlich sein kann, innerhalb der Fledermäuse auch, weil es eben auch innerhalb der Fledermäuse sehr unterschiedliche Arten gibt, die ganz unterschiedliche Habitatansprüche haben. Und was wir da auch feststellen konnten, dass das Konfliktpotenzial für Kollisionen, dass Fledermäuse also an Windrädern kollidieren, grundsätzlich überall vorhanden ist. Also es gibt im Prinzip keine einzige Fläche in Baden-Württemberg, die komplett frei wäre von einem potenziellen Artenschutzkonflikt. Also auch, dass überall, selbst dort, wo dann genehmigt wird, ohne Ausnahme oder sowas wie das aktuell ist, kann es immer vorkommen, dass eine Fledermaus oder auch ein Greifvogel an so einem Windrad verunglückt. Gerade bei Arten wie der Zwergfledermaus ist das problematisch, weil die zwar sehr häufig ist, aber auch flächendeckend vorkommt. Oder es gibt Arten wie die Abendseglerarten, die große Aktionsradien haben. Und was weniger bekannt ist, auch bei den Fledermäusen gibt es Arten, die ziehen über weite Strecken. Und die haben dann nicht bestimmte Zugkorridore, sondern man geht davon aus, dass das doch eher Breitfrontenzüge sind. Also Arten, die dann aus Russland oder aus dem Baltischen dann eher in den Süden migrieren und wieder zurück, je nach Jahreszeit. Das heißt, Abschaltungen in Form, also als Vermeidungsmaßnahme sind in jedem Fall notwendig zu bestimmten Zeiten. Vor allem dann eben, wenn wenig Wind weht und die Temperaturen entsprechend sind und die Fledermäuse auch fliegen. Und gleichzeitig geben diese Habitatmodelle, hier sieht man mal so einen Ausschnitt von, wenn man mal heranzoomt, die blauen Flächen wären dann eben diese windhöfigen Flächen aus diesem Windatlas. Und die roten Flächen wären Flächen, die für den Fledermaus-Schutz in dem Fall jetzt besonders relevant sind. Und anhand dieses Habitatmodells könnte man eruieren, wo sind denn jetzt Standorte für die Windenergie, die aus Sicht des Fledermaus-Schutzes, und wenn man dann die Vogeldaten hat, eben auch für den Vogelschutz, eher konfliktarm sind. Und wo sind Standorte, wie wir jetzt hier sehen, im Zentrum, da ist dieser rote Punkt, oder auch hier, wo bekanntes Quartier, ein wichtiges Vorkommen von Fledermäusen ist, wo man sagen müsste, da sollte man auf jeden Fall draußen bleiben. Das wäre auf jeden Fall ein Ausschlussgebiet, selbst wenn hier auch eine blaue Fläche markiert ist, die also windhöfig wäre. Das ist so dieses Modell, wie man sich vielleicht dieser Frage nähern könnte, wo gibt es Vorranggebiete für die Windenergie, wo man reingehen sollte, wo man auch sagt, da geht man auch in ein beschleunigtes Verfahren einerseits, um gleichzeitig auf 98 Prozent der Fläche dann auch wirklich Ruhe zu haben. Weil das Unbefriedigende ist ja im Moment, dass praktisch fast überall im Land Windprojekte aufpoppen können und man überall den Konflikt hat. Und wir auch als Natur- und Artenschütze immer das Problem haben, dass es für uns auch jedes Mal eine Einzelfallentscheidung ist. Und jedes Mal wir im Einzelfall prüfen müssen, ist dieses Windrad an diesem Standort jetzt geeignet und gut oder müssen wir es eher ablehnen? Ist das Gutachten gut gewesen oder hat es Defizite? Müssen wir da jetzt nochmal selber nachkartieren? Und so führt es natürlich eben zu dieser Ressourcenverschwendung, sage ich jetzt mal, die wir eigentlich gar nicht haben und auch zu der Zeitverschwendung, die wir eigentlich gar nicht haben, weil diese Zeit haben wir einfach nicht. Klar ist aber auch, dass selbst wenn man so vorgehen würde, wir auch weiterhin Vermeidungsmaßnahmen brauchen, ähnlich wie ich das gerade gesagt habe, für die Fledermäuse. Also das heißt eben Mindestabstände zu besonders sensiblen Gebieten, wie eben zu Quartieren von Fledermäusen oder eben Greifvogelhorste. Andere Bundesländer haben sogenannte Horstschutzzonen im Wald, wo ganz klar ist, da muss auch die Forstwirtschaft und die Jagd Abstand halten zu den Brutzeiten zu Greifvogelhorsten. Wir brauchen auch weiterhin Ablenkflächen, die angelegt werden müssen oder zum Beispiel Anpassung von Mardregimen in der Landwirtschaft, um zum einen Greifvögel wie zum Beispiel Rotmilan abzulenken und wegzuziehen, sage ich mal, von den Windrädern. Aber auch, dass ganz klar ist, wenn eben Mardzeit ist und das Grünland gemäht wird im Umfeld von Windrädern, dann müssen die auch stillstehen, damit eben, wenn dann Greifvögel von der Mard, wie man das hier auf diesem Foto schön sieht, angezogen werden, dass dann eben auch das Kollisionsrisiko minimiert wird. Wir brauchen, wie vorhin schon gesagt, diese Abschaltszeiten, diese Abschaltalgorithmen für Ledermäuse, die es eigentlich schon gibt, zumindest bei neugenehmigten Anlagen, wo aber jetzt festgestellt wird gerade, dass die teilweise gar nicht richtig umgesetzt wird. Da müssen wir selber als NABU und Umweltverbände auch nochmal nachschauen. Und wir brauchen natürlich die zwingende Nachrüstung von allen Altanlagen, die da sind, weil im Moment laufen viele Anlagen, die diese Abschaltautomatik noch nicht haben. Und ein weiterer Punkt, und da setze ich große Hoffnung rein, sind neue technische Möglichkeiten zur automatisierten Erkennung von Vögeln. Wie jetzt hier an diesem Beispiel, diese Hardware, die nennt sich Identiflight, die jetzt inzwischen als erstes System auch von deutschen Instituten als reif für die Praxis anerkannt wird. Das ist ein Kamerasystem, das, wie man hier sieht, das eben in einem Windpark aufgestellt wird, das im 365 Grad sozusagen den Himmel überwacht mit diesen Kameras, die man unten dran sieht und dann eben auch noch eine besondere Kamera hat obendrauf, die dann genau ranzoomen kann. Und dieses System hat jetzt schon eine Erkennungsrate von 97,5 Prozent auf eine Entfernung von 750 Metern. Also unglaublich, wie jetzt auch die Entwicklung da schnell voranschreitet, eben durch künstliche Intelligenz. Da gibt es ja schon einige Anlagen im Testbetrieb. Und so viel ich gehört habe, in Nordrhein-Westfalen auch schon Anlagen, die damit eben auch genehmigt wurden. Und die Hoffnung ist es natürlich, dass man damit diesen Konflikt mit Greifvögeln und auch mit Schwarzstörchen und so weiter massiv entschärfen kann, indem eben diese Erkennungssysteme frühzeitig anschlagen und dann eben die Anlagen abschalten, wenn eben sich ein windkraftsensiver Vogel auf eine bestimmte Entfernung nähert. Wenn diese Dinge umgesetzt sind, wäre aus unserer Sicht es vorstellbar, dass dann eben in diesen Vorranggebieten für die Windenergie die Genehmigungsverfahren auch entsprechend beschleunigt werden und gegebenenfalls auch die artenschutzrechtliche Ausnahme stärker davon gebraucht gemacht wird als bisher. Das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig, wie gesagt, schon diese Artenhilfsprogramme umgesetzt werden. Und diese Artenhilfsprogramme, die müssen, den günstigen Erhaltungszustand der Population entweder sichern und wo er noch nicht erreicht ist, wiederherstellen. Sie müssen nicht nur einfach irgendwie genannt werden irgendwo, sondern sie müssen verbindlich in einem Gesetz verankert sein. Sie müssen natürlich wirksam sein, das ist ganz klar, weil es funktioniert ja nur, wenn die auch wirksam sind. Das heißt aber, sie müssen ganz konkret verzahnt werden mit Maßnahmen im Wald und auch im Offenland. Ich hatte solche Horstschutzzonen schon angesprochen, Flächenstilllegungen für Fledermäuse im Wald. Im Offenland, was das Thema betrifft, eben Anlegen von greifvogelfreundlichen Wiesen und Äckern oder greifvogelfreundliche Mahd und Pflege von Wiesen und Äckern. Und das bedeutet natürlich, dass das Ganze auch verzahnt werden muss mit dem bestehenden Förderprogramm der Land- und Forstwirtschaft. Und es gibt schon diverse Projekte, die sich diese Fragen schon näher angeschaut haben. Was müsste eigentlich in solchen Artenhilfsprogrammen drinstehen? Ich möchte hier nur eins nennen, das vom Bundesprogramm für biologische Vielfalt, also vom Bundesamt für Naturschutz und BMU, gefördert wurde. Rotmilan, Land zum Leben, Praxisratgeber, Landwirtschaft, wo verschiedene Verfahren und Methoden im Prinzip erprobt wurden. Wie kann man den Rotmilan aktiv fördern? Auch das Projekt Mäuse für den Rotmilan vom NABU Hessen ist so ein Projekt. Und wo dann auch konkrete Vorschläge gemacht wurden für die landwirtschaftliche Förderung und auch für die forstliche Förderung und Umsetzung, wie dann zum Beispiel Rotmilan jetzt in dem Beispiel aktiv gefördert werden, damit dann eben einzelne Verluste, die an Windrädern geschehen, eben nicht ins Gewicht fallen, sondern der günstige Haltungszustand der Population trotzdem gesichert ist und hergestellt wird. Es ist aber auch klar, dass das nur funktioniert, wenn es durch ein systematisches Monitoring begleitet wird. Und da braucht es auch eine klare öffentliche Berichtspflicht, zum Beispiel an den Landtag, dass einmal im Jahr an den Landtag dieser Monitoringbericht vorgelegt wird. Und es ist auch klar, dass es natürlich einen Korrekturmechanismus braucht, einen verbindlichen, wo dann klar ist, okay, es hat einen bestimmten Schwellenwert, wenn das Monitoring entsprechenden Wert ergibt, muss dann nachgesteuert werden, müssen die Maßnahmen verstärkt werden. Und sowas funktioniert natürlich auch nur, wenn es mit ausreichend Personal, Sach- und Finanzmittel dann ausgestattet ist. Und wir schätzen, das ist nur eine sehr grobe Schätzung, dass es pro Jahr wahrscheinlich so 15 bis 20 Millionen Euro braucht, die das Land investieren muss und als jährlichen Haushaltstitel zur Verfügung stellen muss, um solche Artenhilfsprogramme wirklich auf die Spur zu bringen und wirklich konzentriert umzusetzen. Bislang gibt es zwar Artenschutzprogramme in Baden-Württemberg, aber nichts Vergleichbares zu diesen Artenhilfsprogrammen, die wirklich landesweit koordiniert werden. Es gibt eigentlich nur in Bayern vergleichbare Dinge, wie zum Beispiel für den Kiewitz oder für andere Arten, wo man auch durchaus Erfolge sehen kann. Ja, beim Thema Beschleunigen möchte ich betonen, dass es, glaube ich, wichtig ist, Verfahren wirklich zu verbessern, statt sie zu schleifen. Also nicht Verfahren verwässern, sondern verbessern. Entschuldigung. Das bedeutet, zum einen, die Regionalverbände haben die Aufgabe, sonstige Hemmnisse, die es beim Windkraftausbau gibt, überhaupt mal aufzulösen. Also zum Beispiel die Abstände zu Drehfunkfeuern, die Abstände zu Wetterradaren oder die Flugsicherung. Es ist ja im Moment so, dass es häufig so aussieht, als ob der Artenschutz immer sozusagen der Dollstoß dann ist für Windkraftplanungen. Das liegt aber daran, häufig wirkt das so, weil der Artenschutz in der Prüfungskaskade häufig ganz am Schluss kommt. Also erst plant man alles und prüft alles ab und dann am Ende müssen dann die Gutachten gemacht werden und dann stellt man fest, hier ist ja ein Dichtezentrum vom Roten Milan. Und Dinge wie eben das Wetterradar oder die Flugsicherung, die werden von vornherein einfach als gegeben angenommen, obwohl das möglicherweise gar nicht zwingend notwendig wäre. Es gibt bis jetzt noch keine Pflicht, dass zum Beispiel kleine Privatflugzeuge ein entsprechendes Radar auch haben, so einen Transponder haben im Prinzip, dass sie gewarnt werden, dass wenn sie zu niedrig fliegen, in der Nähe eines Windparks. Im Moment geht das nur über Lichtsignale und deswegen blinken die Windräder in der Nacht auch so hässlich und es sieht aus im Schwarzwald oder hier bei mir im Schwäbischen Wald, als ob wir irgendwie im Ruhrpott sitzen vor einer Chemiefabrik, weil die eben zur Flugsicherung so blinken müssen. Das könnte man damit auch abschaffen, sodass die Nacht auch wieder besser geschützt ist. Also das sind Dinge, worüber viel zu wenig diskutiert wird, aus meiner Sicht, und dann immer auf dem Artenschutz rumgehakt wird. Die Behörden müssen natürlich, aus meiner Sicht braucht es da zusätzliches Personal, bei den Planungs- und Genehmigungsbehörden, die müssen ja fit gemacht werden und es braucht auch eine Spezialisierung und Bündelung möglicherweise bei den Regierungspräsidien, um die teilweise sehr komplexen Verfahren wirklich konzentriert abarbeiten zu können und es kann nicht sein, dass nur uns Umweltverbände irgendwelche Fristen gesetzt werden, sondern auch die Behörden selber müssen Fristen einhalten und Fristen teilweise dann auch vorgeben. Die müssen zum Beispiel sagen, wann sind denn jetzt wirklich die Planungsunterlagen komplett, weil dann hat der Antragsteller für eine Windkraftgenehmigung, hat dann, sage ich mal, also eine Genehmigungsgarantie in einem bestimmten Zeitraum, dass ihm ein Bescheid erteilt wird und wenn die Behörden einfach keinen Bescheid erteilen, dass die Unterlagen komplett sind, müssen sie auch nie bestätigen, dass sie komplett sind und dann eben keine, also haben keine Frist, die Genehmigung dann zu erteilen oder entsprechend abzulehnen, das will ich sagen damit. Also das sind Dinge, die einfach auch funktionieren müssen oder ich hatte das ja geschildert in dem Fall von Orlach 6 in Braunsbach, wo das Regierungspräsidium einfach verweigert hat und nicht den politischen Mut hatte, über unseren Widerspruch zu entscheiden. Und sicherlich, das hatte Tegler-Walker ja auch schon gesagt, die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe, es kann nicht sein, dass Planungsträger mit dem Kleinwagen, Kleinlaster vorfahren müssen vor die Landratsämter, um irgendwie fünf oder sechs Ausfertigungen der Antragsunterlagen abzuliefern. Gleichzeitig, das hatte ich auch schon angesprochen, brauchen wir einheitliche und sehr konkrete Standards für Artenschutzgutachten. Die müssen rechtsverbindlich sein. Dazu hatten wir schon Vorschläge gemacht in der Vergangenheit, die müssen eigentlich nur umgesetzt werden. Da gibt es immer noch aus unserer Sicht viel zu viel Interpretationsspielraum, der dann eben Streit verursacht vor Gericht, weil es dann eben Gutachter gegen Gutachter spricht. Und es braucht nicht weniger Beteiligung von uns Umweltverbänden, sondern bessere und frühere Beteiligung. Es gibt ganz klare Studien, die belegen, dass eine frühe und gute intensive Beteiligung die Akzeptanz vor Ort zum einen erhöht und auch die Planungen verbessert und die Umsetzungswahrscheinlichkeit verbessert. Und es gibt keine Studie, die belegt, dass weniger Beteiligung zu einer schnelleren und besseren Planung geführt hätte. So, und damit komme ich zum Schluss und möchte ein kleines Fazit ziehen. Zum einen der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien ist dringend notwendig, wenn wir die Klimakrise abwenden wollen. Und wir müssen sie abwenden, nicht nur um unser Selbstwillen und der menschlichen Sivilisation willen, sondern auch um die Artenvielfalt erhalten zu können. Ich erinnere hier nur an die Korallenriffe oder die Amazonasregenwälder. Wir glauben, dass wenn wir Vorranggebiete für Artenschutz und für Windkraft schaffen, dass wir dadurch von vornherein Konflikte entschärfen und Prozesse beschleunigen können. Dafür braucht es aber wirksame Artenhilfsprogramme, um eben den günstigen Erhaltungszustand der Population sicherzustellen. Und diese Artenhilfsprogramme müssen natürlich finanziell und personell entsprechend unterlegt sein. Und der Erfolg und Misserfolg muss natürlich durch ein systematisches Monitoring regelmäßig überprüft werden. Und damit bin ich am Ende dieses Vortrags und bedanke mich bis hierhin erst mal für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Fragen und auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Johannes. Jetzt bin ich auch wieder zu sehen. Vielen Dank, Johannes. Ich fand dieses Bild, was du gezeigt hast mit dem Drahtseilakt, das ist bei mir irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und ich denke mir, nachdem, was ich jetzt von dir gehört habe, dass das Drahtseil vielleicht ein bisschen breiter geworden ist. Also wenn die Dinge so umgesetzt werden könnten, wie du sie beschrieben hast, Vorangebiete zu schaffen, gleichzeitig aber auch Artenhilfsprogramme zu etablieren, sicherzustellen, dass die dann tatsächlich auch wirkungsvoll sind, dann wird dieses Drahtseil etwas breiter. Es bleibt trotzdem ein Drahtseilakt. Aber ich glaube, es würde uns etwas mehr Sicherheit unter den Füßen geben. Aber ich möchte natürlich nichts vorausgreifen dem Applaus. Wir müssen, glaube ich, wieder mal einen kurzen Applaus-Test machen. Wer jetzt gerne heftig applaudieren möchte für den Vortrag von Johannes, bitte die Hand heben. Das Barometer schnellt nach oben. Wir haben zurzeit 465 Zuschauer, 290, 300 mit heftigem Applaus. Jawohl, bei 300 etwa bleibt das. Ja, es bleibt bei etwa 300. Wunderbar. Aber ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Vortrag gut angekommen ist. Ich habe auch wieder was gelernt. Ich kannte zum Beispiel dieses Identify noch nicht. Da gab es nachher auch noch mal eine Frage. Aber Andrea, du hast die Fragen etwas sorgfältiger als ich jetzt verfolgt. Es ist noch eine ganze Menge eingelaufen, habe ich gesehen. Was waren denn so die zwei, drei wichtigsten Themenkomplexe, die in den Fragen aufgetroffen sind? Also ich habe drei Themenkomplexe für mich gebündelt beim Notieren der Fragen. Das eine sind tatsächlich die technischen Fragen, die sich stark konzentrieren auf das, was du gerade schon angesprochen hast, zum Thema funktioniert diese ganze Technik und welche Art von Techniken geht es. In die Richtung würde ich auch sortieren, wie funktionieren Ablenkungsflächen zum Beispiel oder MAD-Regime. Dann habe ich den Naturschutzkomplex. Das habe ich mir mit N markiert. Die Fragen zu zum Beispiel, wie werden denn Flächen gesichert, die jetzt noch nicht besiedelt sind, die aber dann noch wichtig wären, um einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen. Und dann habe ich auch noch einen dritten Fragenkomplex geklastert, wo es mehr so um diese Energiefragen geht. Mit dem könnten wir vielleicht starten, weil der ganz gut anknüpft an die beiden vorangegangenen Vorträge, wo ich solche Fragen zusammengefasst habe, wie warum lehnt der NABU nicht grundsätzlich einfach Windenergieanlagen ab? Oder könnte man nicht als NABU sagen, wir fördern und unterstützen ausschließlich Kleinwind- oder kleinere bürgerschaftlich organisierte Windenergieanlagen. Die Spanne der Fragen geht aber dann bis in die andere Richtung. Das heißt, zeigt nicht der Vortrag von Herrn Rahmsdorf ganz stark, dass wir auch als Naturschützer, Naturschützerinnen, raus müssen aus der Komfortzone und stärker voranpreschen. Damit würde ich vielleicht mal den ersten Fragenkomplex an Johannes geben. Ja, vielen Dank, Andrea. Und das sind Fragen, die ich mir natürlich auch selber stelle und die wir uns ja auch selber im Landesverband stellen und auch im Bundesverband. Also müssen wir nicht raus aus der Komfortzone? Also diese Frage, die werden wir ja auch am Samstag noch diskutieren mit Jörg-Andreas Krüger und mit Brigitte Dahlbender. Wie müssen wir uns vielleicht auch ein Stück weit aufstellen, dass wir auch für die Zukunftsaufgaben, die vor uns stehen und die, in denen wir eigentlich schon mittendrin stecken, dass wir da selber als Verbände auch zukunftsfähig bleiben. Und dieser Drahtseilakt und diese zwei Herzen in unserer Brust, das ist ja was, was uns alle ein Stück weit umtreibt. Und ich stelle da immer wieder fest, nicht nur bei den Klimaskeptikern oder auch bei Impfkritikern oder Corona-Querdenkern oder sowas, sondern leider auch bei uns selber, dass wir immer wieder versuchen, auszuweichen. Weil wir merken, das ist aber blöd, das mit der Windkraft, das mag ich ja gar nicht. Da muss es doch andere Möglichkeiten geben. Zum Beispiel, wir müssen einfach weniger Energie verbrauchen, dann brauchen wir keine Windräder. Oder wir müssen doch einfach nur diese kleinen Windräder bauen, dann brauchen wir die große Windkraft nicht. Oder wir müssen doch einfach nur auf Solarenergie setzen, dann brauchen wir die Windräder nicht. Und ich habe mich mit dieser Frage intensiver befasst und wirklich auch viele Expertinnen und Experten dazu befragt, sowohl bei den Umweltverbänden als auch in der Energiewirtschaft. Und da immer wieder gehört, ja, es stimmt, natürlich müssen wir es irgendwie hinkriegen, weniger zu verbrauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Suffizienzdebatte, die wird zu wenig geführt. Die wird von den Grünen zu wenig geführt. Und da müssen wir uns als Umweltverbände aber auch selber an die Nase fassen. Die wird auch von uns zu wenig geführt. Diese Frage Wirtschaftswachstum über alles, oder wie können wir auch wirklich weniger Energie verbrauchen? Gleichzeitig fehlt uns ja allen vielleicht auch so ein bisschen die Fantasie, wie kann man das eigentlich auch in einem demokratischen System, darf ich es mal, voranbringen? Weil verordnen kann man es ja nicht, wenn man irgendwie, also es ist jedenfalls schwierig, jedenfalls wird man dann auch ganz schnell nicht mehr gewählt. Also es ist ein Dilemma, vor dem zum Beispiel auch die Grünen ja stehen. Hekler-Walker hat ja von den 14 Prozent bei der Bundestagswahl gesprochen. Das zum einen und zum anderen, aber natürlich auch Marktmechanismen wie CO2-Preis, das muss jetzt alles kommen. Und gleichzeitig, selbst wenn wir sehr stark Energie einsparen könnten, selbst wenn uns das gelingen würde, selbst dann ist die Herausforderung dieser Transformation, und Uwe hat es ja vorhin gesagt, dass es einmal die neolithische Transformation gab und dann eben die industrielle Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine, ist diese Herausforderung, das komplette, nicht nur Energiesystem, sondern Wirtschaftssystem zu dekarbonisieren, so groß und so eilig inzwischen leider, dass wir leider beides brauchen, und zwar sofort eben auch die Windenergie und eben die PV- und auch Energieeinsparungen. Und was ich zu diesen kleinen Windkraftanlagen gehört habe, ist, dass das alles nett ist und sicherlich weiter erforscht und weiterentwickelt werden sollte. Aber dass es letztendlich nicht den Schinken nicht fett macht, sage ich jetzt mal so, einfach von den Mengen, die da produziert werden können, an Strom. Und letztendlich, das ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit ist, dass die großen Anlagen eben die sind, die dann auch wirtschaftlich wirklich betrieben werden können. Und da kann man natürlich die Diskussion aber stellen, muss das überhaupt wirtschaftlich betrieben werden oder müsste nicht, wenn das so eine wichtige Frage der Daseinsvorsorge ist, müssten dann nicht solche Anlagen einfach auch über Steuermittel staatlich finanziert werden, wie Kindergärten, Krankenhäuser und Autobahnen ja auch entsprechend finanziert werden. Das ist dann eine wirtschaftspolitische und staatsgesellschaftspolitische Fragestellung, die vielleicht auch noch zu wenig von uns auch geführt wird. Im Moment ist es so, dass die Energiewende auch jedenfalls nach marktwirtschaftlichen Maßstäben vorangebracht werden soll in unserem jetzigen System. Aber darüber ließe sich vielleicht auch diskutieren, wobei ich dafür kein Experte bin. Das habe ich sehr lange geantwortet. Ich glaube, ich muss mich kürzer fassen. Aber es ist ja eine sehr grundsätzliche Frage. Zu dieser Frage mit den Identifikationssystemen. Ich bin da kein Experte dafür, habe mich aber ein bisschen damit befasst, jetzt auch in der Vorbereitung. Da kannst du eigentlich viel mehr dazu sagen, Andrea. Du hast dich da mehr dafür damit befasst. Und nach meinem Wissensstand ist es so, dass dieses Identiflight jetzt im Prinzip das erste System ist, das von den Fachagenturen in diesem Bereich als praxisreif im Prinzip eingestuft wird. In anderen Ländern weltweit kommt es tatsächlich schon zum Einsatz. Genau. Und das Identiflight scheint auch tatsächlich gut zu funktionieren. Und die Fragen, die auch kamen, waren, ob das denn tatsächlich funktioniert. Und es hat schon mehrere Veranstaltungen dazu gegeben. Das wird auch wissenschaftlich begleitet, ob diese unterschiedlichen Systeme, die es gibt. Es gibt da Kamerasysteme, verschiedene Systeme, die erprobt werden. Und das scheint tatsächlich zu funktionieren, dass die rechtzeitig abschalten. Also die erkennen die Vögel schon in 300 Meter. Die können genau errechnen, in welche Richtung die fliegen. Das Ganze ist noch in der Erprobungsphase. Und es schadet diesen Windenergieanlagen auch nicht, wenn die runtergefahren und wieder hochgefahren werden. Also das ist alles mit einkalkuliert in der Einpreisung. Ob das tatsächlich am Ende dann groß eingesetzt werden kann, das muss in Deutschland noch untersucht werden. Aber es gibt viele Untersuchungen und wir können vielleicht auch am Ende diese Untersuchungen, den Link zu den Untersuchungen des KNE, nochmal zur Verfügung stellen für alle, die das im Detail interessiert. Können wir gerne machen. Aber vielleicht eine kleine Anekdote dazu, die mir mal ein Windkraftprojektierer gesagt hat. Naja, ist ja schön und gut, Herr Enzler, wenn wir dann solche Systeme haben. Aber das führt dann dazu, dass wenn der sich da gerade in Rotmilan ansiedelt, sozusagen sein Horst baut und dann jeden Tag mehrfach ein- und ausfliegt, die Windkraftanlage dann ständig runterfährt. Das führt dann dazu, dass mir eine Bank, bei der ich versucht habe, mein Windrad sozusagen finanzieren lasse, dann sagt, naja, sie können ja gar nicht garantieren, dass die Anlage am Ende wirklich wirtschaftlich betrieben wird. Also das sind so Fragen, die dann auch noch mit reinspielen, wo ich immer wieder merke, dass es Sinn macht, sich auch wirklich mit Planern auseinanderzusetzen und auch denen mal zuzuhören, was für Probleme denn mit den einzelnen Fragestellungen dann auch verbunden sind. Ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber das sind einfach Dinge, die auch mit bedacht werden müssen. Vielleicht, Johannes, kannst du noch ein bisschen auf das Konzept, das du vorgestellt hast, eingehen. Dazu gab es ein paar Fragen auch, verschiedene Fragen, zum Beispiel, ob schon klar ist, ob die Flächen am Ende ausreichen werden, wenn man alles miteinander verschneidet. Und dann kam auch eine Frage dahingehend, wer denn dieses Konzept am Ende umsetzen sollte und wie die Umsetzung realisiert werden kann. Also vielleicht zu der zweiten Frage zuerst. Wir haben das jetzt mal modellhaft, methodisch sozusagen skizziert. Würde das denn funktionieren? Und wir haben da festgestellt, dass nach unserer Sicht würde das funktionieren, das so zu machen. Und es gibt ja diese Taskforce, die auch schon angesprochen wurde von der Tegler-Walker, die sich auch mit diesem Thema befasst. Und die LOBW, unsere Landesanstalt, hat jetzt wohl, wie ich weiß, vom Umweltministerium auch den Auftrag bekommen, diesen Pfad methodisch jetzt mal weiter zu verfolgen und diese Karten sowohl für die Windenergie zu aktualisieren, für die Vögel und auch die Fledermäuse sozusagen auf dem, was wir jetzt da schon vorgearbeitet haben, darauf aufzubauen, um das noch zu verbessern und klarer zu machen. Was wir uns erhofft hatten, war, dass wir tatsächlich am Ende wissen, hier sind die zwei Prozent der Landesfläche, wo wir von vornherein sagen können, da geht es auf jeden Fall. Dort gibt es keinen Konflikt mit dem Artenschutz. Und das hatte ich ja schon anklingen lassen. Davon mussten wir uns, als wir das methodisch mal so durchgerechnet haben, für einige Arten mussten wir uns verabschieden und haben festgestellt, diese Flächen gibt es nicht. Egal, wo wir sind in Baden-Württemberg, es gibt immer irgendwo irgendwas, sage ich jetzt mal, wo was gefährdet, in irgendeiner Weise gefährdet sein könnte. Ob das Fledermäuse sind, ob das eben Vögel sind. Deswegen muss man jetzt schauen, wo wären denn die Gebiete, wo dieser Konflikt auf einer landesweiten Betrachtung am geringsten sind. Das kann trotzdem sein, dass dort mal ein Rotenland verunglückt oder auch mal eine Fledermaus verunglückt. Aber wo sind sie auch von der landesweiten Betrachtung her eben am geringsten? Wie kann man dann über eben solche Vermeidungsmaßnahmen, wie dieses Kamerasystem, was ich gezeigt habe, wie Abstände zu Horsten, Abstände zu Fledermausquartieren oder eben auch diese Abschaltalgorithmen für Fledermäuse, wie kann dadurch trotzdem dieses Tötungsrisiko minimiert werden? Und wie kann eben auf der anderen Seite in anderen Gebieten bewusst und aktiv etwas für die Arten getan werden, damit jetzt populationsökologisch gesehen eben das nicht ins Gewicht fällt? Also das ist ja das Konzept. Und wie das umgesetzt werden könnte, eben ursprünglich hatten wir gedacht, das sollten doch die Regionalpläne für Regionalverbände umsetzen, weil die sind die eigentlich, sag ich mal, gesetzlich, rechtlich maßgeblichen, die da zuständig sind für diesen raumplanerischen Bereich. Aber wer mal im Regionalverband, vielleicht im Regionalparlament Mitglied war, der weiß, wie aufwendig und umfangreich das ist, solche Teilfortschreibungen von Regionalplänen zu machen und wie schwierig das auch ist und wie lange das dauert. Deswegen glauben wir, dass es eher eben ein Fachplan sein könnte, wie der landesweite Fachplan Biotopverbund zum Beispiel, den das Umweltministerium erstellt hat. Und man anhand einer solchen Karte, die es dann landesweit gibt, anhand eines solchen Fachplans sagen könnte, okay, hier sind diese zwei Prozent. Und aus meiner Sicht wäre eben auch das Charmante für uns als Umweltverbände, dass wir dann wirklich sagen können, okay, hier sind die zwei Prozent. Wir sind jetzt an der Stelle d'accord mit diesen zwei Prozent. Und dafür haben wir auf den anderen 98 Prozent der Landesfläche, wissen wir, dass dort die Windenergie nicht kommt. Das ist im Prinzip unser Ziel, wie wir uns das wünschen, damit wir uns auch auf die wirklich wichtigen Dinge dann auch wirklich konzentrieren können. Nicht anders zu erwarten, gibt es ein großes Interesse an den Karten, die da erarbeitet wurden im Zusammenhang mit dieser Arbeit. Können die zur Verfügung gestellt werden für unsere Ehrenamtlichen vor Ort, damit die da auch arbeiten können? Ja, also diese Karten, die müssen auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden. Allerdings sollten es dann nicht die Karten sein, die wir jetzt erstellt haben, weil das eben eine modellartige Durchrechnung war für einige Arten, wo dann die Gefahr besteht, wenn wir jetzt eine Karte rausgeben, die eigentlich nur eine modellhafte Skizzierung ist, die sicherlich schon an vielen Stellen ganz gut ist, aber eben noch nicht das Ergebnis ist, wo wir dann sagen, das ist jetzt methodisch alles sauber und gut gemacht mit den besten verfügbaren Daten. Dann kursiert eine Karte in der Welt und wird von allen möglichen Leuten genutzt und instrumentalisiert. Und das wollen wir verhindern. Deswegen finde ich es sehr gut, dass wir jetzt da vorarbeiten konnten und das Umweltministerium beziehungsweise diese Taskforce und jetzt auch die LOBW gesagt hat, jawohl, wir wollen das prüfen und Dinge, die ihr schon vorgearbeitet habt, quasi übernehmen und dann aber nochmal gemeinsam mit den Umweltverbänden, auch mit den anderen Interessengruppen, die jetzt auch den Windverbänden schauen, wie können wir das gut miteinander umsetzen, wo finden wir vielleicht einen Konsens, wo die möglichst konfliktarmen Flächen sind und wo die Tabuflächen auch sind. Das ist das Ziel. Und ich hoffe, jedenfalls wurde es so in dieser Taskforce auch schon mal angedeutet, dass die LOBW den Auftrag hat, das bis zum Sommer zu bewerkstelligen. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe. Aber wir haben ja gehört, es soll jetzt alles beschleunigt werden. Also müssen auch diese Dinge beschleunigt werden. Und die sollen jetzt wohl nichts anderes machen erst mal oder halt priorisieren, ihre Arbeit priorisieren und wirklich darauf den Fokus legen. Und insofern glaube ich, wäre es eine Perspektive tatsächlich bis zum Sommer oder vielleicht dann bis zum Herbst, wenn es sich noch mal ein bisschen verzögert, wirklich dann auch einheitliche Karten zu haben, die dann landesweit verfügbar sind. Das wäre jedenfalls mein Wunsch und ich hoffe, dass das gelingt. Soviel zur Antwort zu dieser Frage. Also unsere Karten kann man nicht haben. Das wäre einfach nicht zielführend. Das wäre einfach irreführend. Man würde eine unnötige Diskussion verursachen. Ich habe in einem relativ frühen Stadium des Vortrags eine Frage gesehen, die fand ich interessant, nämlich die Frage, wie können wir uns als Naturschützer vor Ort vor falschen Freunden schützen? Also Menschen, die plötzlich bei uns auftauchen und so tun, als hätten sie ein Problem mit dem Naturschutz. Also die wohnen wahrscheinlich neben einer geplanten Anlage, protestieren gegen die Anlage letztendlich, tun sie aber nur so, als hätten sie ein Naturschutzinteresse, sondern sie ist ein Eigeninteresse. Oder sie schieben Gründe des Landschaftsschutzes nach vorne, wollen aber definitiv an den fossilen Brennstoffen festhalten. Wie können sich Naturschutzorganisationen vor Ort oder auch die Landes- oder Bundesverbände vor solchen falschen Freunden schützen? Ja, schwierige Frage. Aber ich glaube, es gibt da verschiedene Wege. Zum einen, indem man ganz klar kommuniziert, was die Haltung und die Position von uns Verbänden ist. NABU und BUND, wir haben ja eine gemeinsame Windkraftposition für Baden-Württemberg. Uns war das von Anfang an auch schon zu Zeiten von Brigitte Dahlbender und André Baumann sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier nicht spalten lassen, sondern dass wir hier gemeinsam agieren, weil wir wissen, dass dieses Thema auch Spaltungspotenzial hat und dass es heiß hergehen kann. Und deswegen wichtig ist, dass wir großen Umweltverbände da auch zusammenhalten. Das ist also das eine, dass man von Anfang an klar sagt, passt mal auf, wir sind pro Energiewende, pro Windenergie und grundsätzlich prüfen wir alle Vorhaben erst mal wohlwollend und schauen wirklich nur in Einzelformen, also schauen im Prinzip dort, wo es wirklich tatsächliche Konflikte gibt. Dafür ist es zwingend notwendig, dass auch vor Ort Daten erhoben wird. Weil nur zu sagen, ja, ich habe da einen Rotmilagen gesehen, das reicht eben nicht. Das ist auch ganz wichtig. Das merken wir auch immer wieder. Wir haben ja über unser Dialogforum, das wir NABU und BUND gemeinsam haben und die Andrea Molkentin-Kessler ist ja, viele Jahre hat sie in diesem Dialogforum auch mitgearbeitet. Wir merken das immer wieder, dass wir auch nur dort Erfolg haben, Planungen zu ändern oder möglicherweise auch im Zweifel mal gerichtlich vorzugehen, wo wir wirklich echte Daten auch erhoben haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht nur einfach zu vermuten oder zu sagen, ja, ich habe da einen Rotmilagen gesehen. Und die andere Möglichkeit, und das möchte ich einfach auch allen ans Herz legen, wir haben, wie gesagt, dieses Dialogforum, die da sehr gut unterstützen können, wenn in der Region Planungen aufpoppen, zu sagen, ja, wir können Informationsveranstaltungen machen, wir beraten die Ortsgruppen, wie man mit Falschinformationen auch umgeht. Wir kommen auch zu Veranstaltungen, die von Kommunen oder von Planungsträgern angeboten werden und unterstützen euch dort fachlich und auch kommunikativ, um diese schwierigen Themen vor Ort auch zu meistern. Bis hin eben auch, wenn Stellungnahmen geschrieben werden sollen, können wir da nochmal drüber schauen und auch Rat geben. Okay, danke für diesen Werbeblock. Jetzt nochmal die Frage an dich, Andrea. Hast du noch Fragen, die wir an den Johanne stellen sollten? Oder sind wir jetzt mit den großen Blöcken eigentlich durch? Mit den großen Blöcken sind wir durch. Es gab noch eine Frage oder ein paar Fragen dazu. Unter der Überschrift, kann man Rotmilane umsiedeln? Wie funktioniert das mit Ablenkflächen oder Matregimen? Ja, also umsiedeln kann man sie nicht wirklich. Und man stellt manchmal sogar fest, dass dann erst mal kein Rotmilan da war, dann die Windanlage gebaut wurde und sich dann in unmittelbarer Nähe sogar ein Rotmilan-Paar vielleicht sogar ansiedelt. Also auch solche Sachen soll es schon gegeben haben. Was man aber eben tun kann, ist, dass man zu den sensiblen Zeiten, also zum Beispiel dann, wenn eben die Mart stattfindet, die Grünland-Mart, also vor allem, und das eben oft besonders Rotmilane auch anzieht, dass man eben dort dann auch Vereinbarungen trifft zwischen den Landwirten und den Windanlagenbetreibern, dass eben diese Zeiten angemeldet werden von den Landwirten und dann eben auch relativ spontan die Windanlagen lahmgelegt werden zu dem Zeitpunkt, dass teilweise auch Flächen angelegt werden oder Grünland oder auch Äcker entsprechend gepflegt werden, sodass sie zum Beispiel mäusefreundlich sind. Deswegen gab es beim NABU Hessen dieses Projekt Mäuse für den Rotmilan, dass dort eben auch Nahrungsangebot geschaffen wird, sodass der Rotmilan, der möglicherweise in dem Horst im Wald dann eben brütet, in der Nähe einer Windkraftanlage eben vorzugsweise in eine andere Richtung fliegt und nicht in die Richtung des Windrades. Das ist aber alles auch sehr komplex und da zeigt sich, dass sich da auch oft die Gutachter streiten dann in diesen sogenannten Raumnutzungsanalysen. Das sind dann diese Spaghetti-Karten, wo man dann versucht nachzuvollziehen, wo der Rotmilan am häufigsten fliegt, weil das auch sehr fehlerbehaftet ist. Und deswegen, das ist mit ein Grund, warum wir der Meinung sind, NABU, B&D und auch LNV, das Ganze sollte eigentlich entschlackt und vereinfacht werden, um weniger Streitpotenzial auch an der Stelle zu haben, indem man eben diese Vorranggebiete schafft, wo man auch tatsächlich auch mal im Einzelfall in Kauf nimmt, dass wenn sich dort ein Rotmilan nachträglich ansiedelt oder eben einer auch vorkommt, dass er höher gefährdet ist, als es bisher der Fall war. Dafür wir eben die anderen Ausschlussgebiete haben, wo auch aktiv was für die Arten getan wird. Das ist so ein bisschen dieser Kompromiss und vielleicht auch dieser Drahtseilakt, den du angesprochen hast, Uwe, wo sich das Drahtseil ein Stück weit verbreitert, aber wo wir auch aus der Komfortzone ein Stück weit rauskommen müssen. Weil ich habe ja auch dieses Bild gezeigt und dieses Zitat von Sven Giegold. Also wir haben zwar den Individuenschutz im Bundesnaturschutzgesetz und in der FFH- und Vogelschutzrichtlinie und der ist ein scharfes Schwert und den wollen wir auch nicht aufgeben. Aber wir haben schon Politiker gesagt und nicht nur von FDP oder CDU, sondern eben auch ranghohe grüne Politiker, ja, Gesetze können auch geändert werden und auch europäische Richtlinien können geändert werden. Und wir haben ja als, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube 2015, gab es diesen sogenannten Fitness-Check der EU-Kommission für die FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Da haben wir mit einer fulminanten Unterschriftenaktion europaweit im BirdLife-Netzwerk und auch im Friends of the Earth-Netzwerk Unterschriften gesammelt und konnten mit dieser unglaublichen Unterschriftenaktion europaweit verhindern, dass die EU-Kommission diese Richtlinien anpackt. Und wenn das passieren würde, mag ja sein, dass die ein oder andere Sache jetzt schon eigentlich auch aus unserer Sicht verbessert werden sollte in den FFH- und Vogelschutzrichtlinien. Aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn das jetzt angepackt werden würde, dann würde sich das eher zu unseren Ungunsten verändern. Und deswegen sollten wir auch Wege aufzeigen, wie man den Individuenschutz und den strengen Artenschutz, den wir haben, beibehalten kann. Und die vorhandenen Instrumente, wie eben die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nutzt, um eben auch aufzuzeigen, ja, wir kriegen das hin mit dieser Krise. Weil es ist ja nichts anderes als eine Krise, um eben den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu ermöglichen. Und gleichzeitig eben diese Artenhilfsprogramme, ich sage es ganz offen, auch als Faustzahn zu nehmen. Ja, wenn ihr das wollt mit den erneuerbaren Energien, dann müsst ihr aber eben im Prinzip auch diese Millionen auf den Tisch legen und auch das Personal bereitstellen, dass diese Maßnahmen für die Artenhilfsprogramme auch umgesetzt werden. Ich antworte immer viel zu lange. Nein, das heißt aber definitiv, es bleibt spannend. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Thema irgendwann mal wieder auf der Agenda haben, sei es jetzt bei den Naturschutztagen oder bei einer anderen größeren Veranstaltung. Ich glaube, das wird uns weiter beschäftigen, diesen Spagat hinzukriegen, diesen Drahtseilakt hinzukriegen. Und ich glaube, für heute können wir es auch jetzt mit Blick darauf, wie wir die Fragen abgearbeitet haben, glaube ich, mal bewenden lassen. Es ist jetzt auch schon kurz vor halb sieben. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier zum Ende zu kommen für den heutigen ersten Tag.